So, ganz herzlich willkommen zur 44. Lektion von Ihrem Online-Training Neukundengewinn und Verkaufen mit dem Internet. Heute kommt der zweite Teil von dem Workshop Partner-Marketing. Ich hoffe, Sie haben in der letzten Lektion angefangen, Ihren Lead-Magneten, Ihren Insider-Report zu generieren, mindestens ihn auf die Bahn zu bringen und sich Gedanken darüber zu machen, denn das ist der Hebel dafür, dass Sie über Partner Ihre Liste schnell und massiv aufbauen. Partner-Marketing nochmal ist einer der mächtigsten Wege und schnellsten Wege, wie Sie sofort mehr Umsatz und Geld machen können. Darum mein Tipp, setzen Sie diese beiden Lektionen um, stürzen Sie sich auf dieses Wissen und suchen sich Partner. Sie werden feststellen, es gibt kaum einen Weg, der in so schnell neue Interessenten, zahlende Kunden und Umsatz und Geld bringt. Dieses Mal geht es um konkrete Aktionen, das heißt einmal, wie Sie geeignete Partner finden und diese dann dazu animieren, für Sie eine E-Mail-Kampagne an Ihre Liste zu schicken und Sie werden feststellen, das funktioniert. Sie werden begeistert sein von Ihrer ersten Aktion. Ich freue mich über Ihr Feedback, wenn Sie mir schreiben, Herr Lambert, Sie hatten recht, noch nie so viel und so schnell neue Interessenten, neue Leads generiert und gleichzeitig auch Umsatz gemacht. Ich hoffe, ich habe Ihnen mit meiner Beispielkampagne gezeigt, wie das Ganze funktioniert und welche Hebel Sie nutzen können, um solch eine Kampagne erfolgreich zu gestalten. Wenn Sie Fragen haben, Feedback, Erfolgserlebnisse, bitte schreiben Sie hier in die Kommentarfunktion rein. Sie wissen, davon lebe ich. Wie immer, das war Dirk Michael Lambert. Geben Sie Vollgas, leben Sie mit Begeisterung, setzen Sie die Dinge um und Sie werden sehen, dass Sie Erfolg haben. Bis zur nächsten Woche.